Qualitätsware verkaufe ich nur an sympathische Leute. Gefällt sie dir? Ich finde sie nur ein bisschen zu unhandlich, dein schnelles Geschäft. Du knackst doch mit dem Panzer. Klingt gut, Herr. Bananenfresser in Haaren, unser 4.500 Blutmeister-Fascher-East. Klingt gut, Herr. Bananenfresser in... Bananenfresser in... Klingt gut, Herr. Qualitätsware verkaufe ich nur an sympathische Leute. Klingt gut. Klingt gut. Nein,anka. Klingt gut. Das ist sie, dann knackst du auch im Panzer. Das ist sie, dann knackst du auch im Panzer. Das ist sie, dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer. Dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer. Dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer, dann knackst du auch im Panzer. Vielleicht LSD, oder brauchst du was anderes zum Fliegen? Ich hab was Neues, da bleibst du lange auf dem Trip. Hör mal, du kannst eine Kanone nicht so einfach in die Hose stecken. Sieh mal hier, ein wunderschöner Pistolenhalfter.